Sarkopänie Sarkopänie, auch Muskelschwund genannt, trifft jeden von uns. Dabei ist deine Muskulatur und deren Erhalt für dich von enormer Wichtigkeit. Sie ist sogar so wichtig, dass deine Muskulatur darüber entscheidet, welchen Weg du im Leben einschlägst. Doch welche Folgen hat Sarkopänie auf deinen Körper, deinen Geist und auch deine Seele? Und welche Möglichkeiten hast du, die Risiken zu minimieren und der Sarkopänie entgegenzuwirken? Sarkopänie, also der Abbau der Muskulatur, ist ein schleichender Prozess. Die Folgen des Muskelabbaus haben jedoch Auswirkungen auf deinen gesamten Organismus. Und diese Auswirkungen können sich wie eine schwere Last immer stärker anhäufen und deinen Alltag erschweren. Doch der altersbedingte Muskelabbau betrifft nicht nur Menschen im hohen Alter, sondern beginnt schon ab Mitte 20. Es ist durchaus möglich, die Folgen von Sarkopänie zu mindern und die Risiken deutlich zu senken. Achte also auf die ersten Anzeichen. Dir fehlt im Alltag immer mehr die Kraft, du kannst nicht mehr schwer tragen, die Gelenke tun dir weh, du bist nicht mehr so schnell wie früher und auch schneller außer Atem oder deine Haltung wird von Tag zu Tag immer schlechter. Schon einige wenige Schritte helfen dir, der Sarkopänie entgegenzuwirken. Eine Schlüsselrolle spielt dabei deine Muskulatur. Damit diese erhalten bleibt, benötigst du Wachstumsreize. Oder anders gesagt, einen überschwelligen Trainingsreiz durch Krafttraining. Es reicht also nicht, nur spazieren zu gehen oder sich gesund zu ernähren. Denn deine Muskulatur ist quasi die Apotheke deines Körpers. Und durch ein auf dich angepasstes Krafttraining versorgt deine Muskulatur deinen gesamten Körper mit lebenswichtigen Botenstoffen. Unser starkes Netzwerk an Spezialisten kann dir dabei helfen, die Folgen von Sarkopänie zu minimieren. Als Bewegungszentrum für Gesundheit finden wir für dich die besten Lösungen, um deine Muskulatur zu erhalten und diesen Weg dann gemeinsam mit dir zu bestreiten. Jeder Schritt auf diesem Weg bringt dich deinem Ziel ein Stück näher. Unsere Sporttherapeuten übernehmen Mitverantwortung dafür, dich bei bester Gesundheit zu halten. Damit du auch weiterhin fit und belastbar bleibst und deine Lebensqualität beibehältst. Wir sind alle auf der gleichen Reise. Aber es sind deine Entscheidungen auf diesem Weg, die den Unterschied machen. Das ist Vielen Dank.